hier sind wir okay aber die alles gott hallo morgen etwas zu berichten etwas zu berichten ok dann rücken ist mir egal dort setzen wir eine flasche schön und eine flasche zum schwerwerfen perfekt geht geht hier hin und her schön der da sieht es merci der ist na toll schau mal da hinten hin so perfekt schau mal ein werk an was ich nicht gemacht habe das habe anders aber schaust dir an was interessantes das stimmt stehen die haben da ja noch so was ist gerade nichts wichtiges taschentuch kein schlüssel locker ja sonst ist ja nix es ist einfach hier aus 1234 fähigkeiten fällt dann noch na schön kanalisation was die katakombe ist sehr das gleiche na schön was netz hier was sollten hier noch sein hä wow willst du mir verarschen und das wurde hier nicht angezeigt wow ernsthaft toll ach so ok wenn ich stehen bleibe halte das schneller voll ok interessant ach so paar kürzen ok tja irgendwo muss ja noch was sein leute da sonst nix ok ok hier ist nix hier ist äh wat ok 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 hier ist nix nö ok 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 hier ist schon mal nix pfff tja wo ist denn hier noch etwas hm 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 ok was mir gerade einfällt bei dir ist eine sprechplasse da unten vielleicht könnte da eine versteckte leiter sein oder wir müssen einen stock schmeißen und dann schaltet das den weg frei ok das könnte auch noch sein das könnte auch noch sein was mir jetzt jetzt einfällt ok hier ist nix hm ok die ist immer noch da ok ok wat ist denn mit dir da ist etwas rotes ok was ist denn mit dir hm 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 ah hier ist nix hm 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 Ja, sorry. Muss leider gehen. Versuchen wir noch das hier mit den Urnen zu lösen. Aber irgendwie... Was? Was ist das jetzt hier für ein Geräusch? Hä? Okay, wat? Warte, was ist das hier für ein Geräusch? Wer leidet denn hier? Oh, das ist eine Späne hier verpackt. Ist es das? Hm. Tja, was auch mit der da soll? Keine Ahnung. Hm. Tja. Okay, was muss hier noch sein? Was zum Teufel fällt denn hier noch? Tja. 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 Hier ist schon mal nix. Vielleicht hier soll ich so ein bisschen klettern oder was soll ich hier tun oder verschickte Leiter? Irgendetwas? Irgendetwas muss hier sein. Hä? Denn hier ist ja das da. Wollt's am Taufe, was soll denn das sein? Hä, was... Was ist denn hier? Was fällt denn da noch? Tja, und hier kommt's wieder zum Eingang und Ausgang gleichzeitig. Hä, was willst du hier? Tja, leider nicht. Hä, hä? Ach, warte mal. Vielleicht das Ding da oben treffen und dann stürzt das runter. Tötet den, ist es das? Ja, aber dann hier nicht mit dem einfachen Stock, nee, das geht nicht, ist unmöglich. Ihr habt keine Ahnung, was hier sein soll. Ich hab echt keine Ahnung. Tja, das mit dem Schlüssel war jetzt auch nichts, das war nur eine Abkürzung zum Hafen. Sonst ist ja nichts. Hä. Sonst, irgendein Eingang ist auch nicht. Ein anderer Weg. Seh ich zumindest keinen. Vor zum Teufel ist die dritte Wache. Vor zum Teufel ist die dritte Wache. Ich vermute mal, die sind in ein Spinnennetz gefangen oder so. Irgendwo hier. Ist das meine Vermutung? Muss ich vielleicht hier hinzuspringen? Okay, nee. Das ist definitiv nicht. Definitiv nicht. Schau mal, der kann ja auch nichts tun. Ich bin ratlos. Meine Gerze anzünden ist ja auch nicht. Nö. Hätte sein können. Tja, keine Ahnung. Okay. Machen wir die Missionen weiter. Ich weiß echt nicht. Vielleicht kommen wir später. Durch eine andere Mission miteinander verknüpft oder so. Und wenn nicht, dann muss ich halt am Ende nachschauen. So. Muss ich dann zur Komplettlösung greifen. Falls es sowas schon gibt. Warte. Hier noch einmal kurz überprüfen. Okay. Was ist hier? Kürze? Ja, natürlich. Okay. Sonst ist ja nichts. Dann noch einmal so überprüfen. Diesen Weg hier. Sprungpassage auch nochmal. G'schö. 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 Nichts versteckt. Ach. Ach. Okay. Noch so ein Tannenzapfen. Ist ja toll. Du hast ja nichts. Oder habe ich schon mitgenommen? Okay. Das war wohl der. Na schön. Okay. Wir haben noch so einen Tannenzapfen. Das heißt. Ist dann hierfür denn einen Wurm. Gut. Dann hätten wir jetzt eine Waffe für ihn. Perfekt. Okay. Kurz regenerieren. So. Habe ich denn vielleicht hier was übersehen? So. Okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Das war knapp. Okay. U-t-t-t-t. Autsch. Also. Weggetan. Okay. Hier ist auch nichts. Hm. Okay. Da. Die Ohren. Könnte die auch woanders sein. Die letzten paar. Aber wo denn? Hier war ja das da. Genau. Der Hafen. Der Hafen. Okay. Okay. Ich habe ja noch mal alles überprüft. noch mal alles abgelaufen. Aber hier ist nix. Ich sehe hier nix. Okay. Tja, das ist echt blöd. Tja, das ist echt blöd. Ich gehe zu Silas zurück. Ich gehe zu Silas zurück. Können zu Köchen zurückkehren. Kanalisation. Okay. Blumen für Mera. Gusto und Fatal zurück. Und noch mal Silas. Okay. Gut. Was hat das hier mit den Opelus? Habe ich das jetzt hier schon? Hm. Okay. Das ist ja gar nicht hier. Das ja mit den Opelus oder was? Habe ich das schon gemacht? Habe ich da schon alle fünf eingesammelt oder wie? Oder ne? Es sind ja mehr als fünf. Wieso ist das denn jetzt nicht da bei dieser Quest? Hm. Ok. Obelus des Vertus. Obelus der Wache Deiros Volker. Na so irgendeine Burg. Ok. Merkwärtig, Lef ein Gravier. Ok. Dass er so einen habe opel. Und stehe, sind sauber. Ok. Das heißt, ich habe da ja seinen. Hm. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich da auch noch einen Feldschlüssel habe. Noch eins. Beim Hafen geklaut, irgendwo. Da sind noch Flaschen. Okay, schön. Perfekt. Hm. Noch eine Flasche. Schön. Schön. Ach. War das denn hier noch? Okay, da ist nichts drin. Wollte der mich verarschen. Hm. Das da. Markierte Obolus. Hm. Hm. Okay. Hm. Naja. Ah, da fehlt noch der Schlüssel. Okay. Und wie sieht sie aus? Nichts drin. Okay. Kürze. Na schön. Ist nichts Neues. Und wie sieht sie aus? Habe ich hier alles? okay hier sind noch zwei kisten gut das heißt zwei schlüssel fehlen uns noch aber wir haben jetzt ja so ziemlich alle wachen ausgeraubt wer ist denn da noch alles wer gibt es denn hier noch der schmied ist wieder da schön der lebt noch dort ist ja echt schön da ist ja nichts neues schlüssel für die waffenkammer das waren tolle zwei münzen investiert na perfekt und tschüss okay ganz toll das war jetzt die letzte sache oder und ich habe schon wieder die abkürzung vergessen toll so wen haben wir denn da hier hatte ich einfach noch gesagt dass ein kompass brauchte ja vor fünf tagen oder so ist ja schon so lange her wes der funktioniert ja gar nicht die nadel klemmt und zeigt immer nur nach norden ach wir wollen nach norden dann passt es doch perfekt also gut welche geimpfähigkeit würdest du gerne lernen tiefe fall wie ich bereits sagte wir können dir zeigen wie du dich vom harten aufbau nach einem tiefen fall schnell wiederholen kannst wie man sich landet schön na schön was es für erste was jetzt jetzt warten wir worauf auf die richtige gelegenheit der kommandant hält die wachmannschaft in össer landbereitschaft seitdem der werter abgemurkst wurde als ist er doch tot das wisst ihr schon gerüchte verbieten sich rasend schnell ich bin mir sicher dass er tot ist habe ich nicht gesagt dass er tot ist es ist besser wenn wir keine aufmerksamkeit erregen bis man den schuldigen gefunden hat in der zwischenzeit könntest du so viel essen besorgen wie nur möglich es ist eine echt lange reise hm und ich bin weg na gesundheit ok wir haben alle mission erfüllt schön 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 ok das hätten wir dann gehen wir mal am besten zur köchin ist ja auf dem weg zu silas fast laufen laufen so ja gut ich glaube nicht mehr lange und wir brechen dann aus und finden dann hoffentlich mehr aus wäre schön nur müssen wir halt vorher noch das hier mit der urne und so klären ähm da hin und dann da hin so ok so habe ich vielleicht hier noch etwas übersehen ok da ist ein einmal alles klar hm ach schön und diese tür da ist auch noch speisekammer schlüssel ok hm da oben möhre danke 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 sonst ist hier kein schlüssel ok hm warte mal ja cool nochmal flasche besser wir rüsten uns aus so und ich habe das gemacht Rezio ja auch du bist das Rezio stell dir nicht einfach um man hört es kommen rein äh was brauchst du da eine Suppe weiter zu probieren schön g'sch hm hm etwas super versprochen na danke ok das hätten wir wohl erledigt ohne Worte das mit den Bienen na schön 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 Vielen Dank.